Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Robert Kling und heute geht es mal um eine ganz besondere Packliste, die ich euch hier vorstellen möchte. Wie viele schon vielleicht aus meinen anderen Videos wissen, benutze ich relativ viele Kleidungsstücke von Decathlon und bin da auch ein großer Fan von, denn ich finde, bei Decathlon erhält man sehr qualitativ hochwertige Kleidung für relativ geringes Geld, die sich auch fürs Ultraleicht-Tracking eignet. Bei der klassischen Ausrüstung, die aber sonst dazugehört, wie zum Beispiel Rucksäcken oder Zelten und Isomatten, da war das meistens eher fürs klassische konservative Tracking und Wandern gedacht und teilweise noch sehr, sehr schwer. In den letzten Jahren, wie wir vielleicht viele mitbekommen haben, hat sich das aber ein bisschen gewandelt und jetzt auch gerade 2023 gab es nochmal viele neue Produkte. Wir haben die Kategorie Speedhiking dort und ich habe mich einfach mal gefragt, wie sieht das jetzt aktuell 2023 aus mit dem Ultraleicht-Tracking-Segment? Kann man als Einsteiger wirklich vielleicht eine komplette Ausrüstung nur von Decathlon beziehen? Und das will ich heute mal ausprobieren. Wie ihr seht, habe ich hier einen vollen Rucksack dabei, wo sich nur Artikel von Decathlon drin befinden, die ich alle speziell aus unterschiedlichen Kategorien fürs Ultraleicht-Tracking ausgewählt habe. Ja und jetzt am letzten Wochenende habe ich diese Sachen auch, bevor ich euch die hier vorstellen wollte, mal selbst getestet, war auf einer kleinen Tracking-Tour unterwegs in sehr, sehr kalten Bedingungen und habe das Ganze mal getestet und das will ich euch jetzt in Ruhe hier mal vorstellen. Ja, bevor ich aber anfange, gleich diesen Rucksack hier mal auszubreiten und euch alles einzeln zu zeigen, gebe ich euch nochmal kurz Informationen über die Packliste, die ich natürlich auch unten verlinke und wie ich die so gebaut habe. Insgesamt sind es glaube ich 38 Teile geworden, die wirklich alle von der Decathlon-Hausmarke an sich kommen. Manchmal vertreiben die auch noch andere Untermarken. Ich habe wirklich nur die klassischen, normalen Decathlon-Marken dafür ausgewählt. Ja und diese Packliste, ich würde sie als 3-Jahres-Packliste bezeichnen, vielleicht auch 4-Jahres-Zeiten, denn sowohl Schlafsack als auch die Isomatte und auch die Kleidung drumherum, die gehen bis zum Gefrierpunkt, genau bis 0 Grad und da kann man dann auch damit übernachten. Ja und insgesamt, bei den Teilen, die ich jetzt ausgewählt habe, kommen wir auf einem Gewicht von 5.673 Gramm war es glaube ich. Also ganz knapp vom Basisgewicht her über der Ultraleichtgrenze, die teilweise in Deutschland mit 4,5 Kilo oder 5 Kilo gesehen wird. Trotzdem war ich erstmal sehr davon beeindruckt, dass das mittlerweile überhaupt so nah daran geht. Ihr erinnert euch vielleicht auch an meine Einsteiger-Packliste, die ich mal letztes Jahr gemacht habe, die verlinke ich gerade nochmal oben. Da kamen wir auf ein bisschen weniger Gewicht, aber das war natürlich auch von der Qualität her vielleicht noch ein bisschen niedriger als diese Sachen, die man wirklich hier bei Decathlon kaufen kann. Wie gesagt, war ich damit unterwegs, habe eine Nacht mit dem Setup geschlafen, habe alles mal ausführlich getestet. Ich bin im Sauerland unterwegs gewesen, habe an einem See dort gekämmt und 20 Kilometer etwa gelaufen. Es war sehr viel Schnee da und ich konnte so ziemlich alles mal in Ruhe testen. Ja und so sieht der ganze Tisch aus, wenn ich den Rucksack mal ausgepackt habe. Das war alles jetzt gerade hier drin. Und generell kann ich schon mal sagen, dass es bei den ganzen Ausrüstungsteilen wirklich Teile gibt, die mich sehr, sehr überrascht haben und sehr, sehr begeistert haben, wie leicht sie doch sind für das Geld und vor allem, dass sie überhaupt bei Decathlon erhältlich sind. Andere Teile, auf die ich zu sprechen komme, da muss ich ehrlich sagen, da kann man noch viel ausbessern. Da sind gewisse Dinge, die sich nicht unbedingt perfekt zum Ultraleicht-Tracking anbieten und die hoffentlich in der Zukunft noch ein bisschen leichter werden. Ja und wie gesagt, ich habe die Packliste wie immer auf Leiterpack unten verlinkt und ich fange einfach mal von oben an. Und anfangen möchte ich mit diesem Rucksack hier, denn das ist überhaupt so dieses Teil gewesen, wodurch ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, überhaupt mal ein ganzes Set bei Decathlon zusammenstellen zu wollen. Denn wenn man auch im klassischen Tracking-Bereich bei Decathlon schaut, findet man leider meistens nur Tracking-Rucksäcke mit einem Volumen von 40, 50, 60 Litern, die mindestens anderthalb Kilo und fast schon in die zwei Kilo Richtung geben, was natürlich schon die Hälfte des gesamten Gewichts bei einem normal guten Ultraleicht-Set machen würde. Und dann bin ich auf diesen wunderschönen Rucksack hier mit der branchenen Farbe gestoßen. Und das ist offiziell ein 45 Liter Rucksack, was sehr klein bemessen ist, würde ich sagen. Also das Hauptfach ist deutlich größer und der wirkt jetzt so in der Form 850 Gramm nur. Der heißt Makalu und kommt glaube ich eigentlich aus dem Eisklimbing. Deswegen gibt es da ein paar Optionen, die nicht unbedingt fürs Tracking da sind, die man aber glücklicherweise abnehmen kann. Man kann das Volumen quasi vergrößern. Es gibt so eine Art Kopfteil noch dafür, das habe ich auch von meiner Tour abgemacht. Ja, wie ihr seht, gibt es hier unten auch noch so ein kleines Fach und das würde man quasi nach oben draufsetzen. Wenn man das aber abmacht, gibt es diesen ganz klassischen Rolltop-Verschluss, den man auch von anderen Rucksäcken kennt, gerade auch im Ultraleicht-Tracking-Bereich. Das bietet sich natürlich immer gut an, damit man auch ein bisschen was von der Größe variieren kann. Wenn man nicht so viel Inhalt hat, kann man das hier oben sehr, sehr gut zusammenziehen und dann eben so weit runterrollen, wie man eben möchte. Und das ist wirklich ein sehr, sehr langes Rolltop. Also ihr seht das schon, für 45 Liter wirklich eine sehr gute Einschätzung. Was aber direkt auffällt, ist, dass er erstmal kein klassisches Mesh-Fach hat, wie normale Ultraleicht-Tracking-Rucksäcke. Vielleicht auch wie mein Huckepacks, den ihr vielleicht am Rand hier seht. Und er hat auch nicht diese klassischen Seitenfächer, wo man seine Flasche reinstecken kann. Und ja, neben diesem abnehmbaren Top, was ich hier drauf hatte, konnte man auch noch ganz viele kleinere Bänder abnehmen. Ich habe hier mal alles abgenommen, erstmal, was ich jetzt nicht brauchte fürs Tracking. Und das ist erstmal nicht viel. Es gibt ja noch viele andere Sachen, die man wahrscheinlich abmachen könnte, wenn man sie denn nicht braucht. Also diese Seitenbänder, die gibt es jetzt zum Beispiel an beiden Fächern. Da hatte ich zum Beispiel das Sitzkissen immer drin befestigt. Es gibt hier noch so kleine Vorrichtungen. Ja, die hatte ich jetzt mal genutzt, meinen Tracking-Stock da besser dran zu machen. Braucht man aber auch nicht. Deswegen, wenn ihr eure Ausrüstung sowieso gerne modifiziert, das hatte ich auch schon mal in einem Podcast gesprochen, dann kann man hier wirklich noch bei einem Rucksack sehr, sehr viel Gewicht einsparen. Und in der minimalen Form, die ich jetzt habe, lande ich da ja unter 850 Gramm. Wenn ihr mal eine sehr schwere Tour habt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr dran machen wieder. Und dann soll er offiziell sogar bis 70 Liter tatsächlich gehen. Ansonsten ist der Rucksack wirklich sehr minimalistisch, was natürlich sehr, sehr gut ist. Wir haben auf jeden Fall einen Hüftgurt, einen sehr großen. Und wir haben auch einen Brustgurt, der sehr klein gehalten ist. Und ebenso gibt es einen Rückenpolster, was sehr, sehr dünn ist. Ich würde ihn trotzdem als frameless bezeichnen, weil eine der Optionen bei diesem Rucksack, um wirklich Gewicht zu reduzieren, war auch diese Rückenplatte, die man optional rausnehmen kann. Und ich habe es mal getestet mit dieser Rückenplatte und ohne. Und ganz ehrlich, kann ich da eigentlich fast keinen Unterschied vom Komfort wirklich bei einem Basisgewicht von 5 oder 6 Kilo bemerken. Deswegen, das polstert schon ganz gut. Und ihr wisst auch, bei dem GIFO Free Rucksack, von dem ich auch ein großer Freund war, den ich schon oft empfohlen habe, da hatte ich auch dieses Decathlon Sitzkissen von Vorklass meistens benutzt. Und das in die Hälfte, in der Mitte hier durchgetrennt. Das wiegt dann, glaube ich, nur 22 Gramm. Und das hinten reingesteckt. Das könntet ihr auch machen, wenn euch dieser Schutz hier nicht reicht. Aber ich denke, dass das eigentlich für die meisten Situationen schon ein ausreichendes Rückenpolster ist. Ja, und an der einen Seite des Hüftgurts, wie ihr seht, gibt es keine Tasche. Nur so eine Vorrichtung, wo man vielleicht was dran klippen kann. An der anderen Seite hier haben wir allerdings eine wirklich schöne Gürteltasche, die auch einen isolierten Reißverschluss hat, der wirklich dicht ist. Und der ist sehr, sehr praktisch. Hier habe ich zum Beispiel Sachen drin, wie meine Fließhandschuhe, die hierbei waren, noch Überziehhandschuhe, Leinerhandschuhe und auch ein Multifunktionstuch. Und gerade als ich losgelaufen bin im Sauerland, da habe ich schnell gemerkt, dass das, wo ich zuerst gefroren habe, meine Hände einfach waren, weil man natürlich da am Trackingstock immer greift. Und da ist es sehr, sehr gut, wenn man dann hier noch diese eine Gürteltasche schon mal von Haus aus ohne Mehrpreis wirklich dabei hat, um dann schnell in diese wichtigen Sachen zu kommen. Ja, ansonsten drehe ich den Rucksack nochmal um. Und wie gesagt, ist der sehr minimalistisch, was ich auf jeden Fall ja auch immer bevorzuge. Und wir haben statt dieses Mesh-Gewebes, das hier vorne ist, hier ein kleines Fach, was man somit den Reißverschluss öffnen kann. Und haben dann eine relativ große Tasche, ihr seht das ungefähr bei meiner Hand. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn man schon dann keine Außentaschen hat, um zum Beispiel PET-Flaschen zu verwenden, wie ich das sonst mache, dann eignet sich dieses Fach hier sehr, sehr gut für eine Trinkblase. Und ich habe damals auch angefangen mit Trinkblasen und die lange verwendet, meistens in der Größe 3 Liter. Aber es gibt auch kleinere und zwar auch in der neueren Generation. Das ist eine 2 Liter Trinkblase und die passt zufällig oder auch nicht zufällig, das weiß ich nicht, genau hier rein. Also wirklich, wenn die so 90 Prozent befüllt ist, dann ist es etwas knapp. Sie hat aber bei mir wunderbar reingepasst. Ich konnte den Reißverschluss zumachen und den Trinkschlauch dann sehr, sehr gut über den Schultergurt. Hier gibt es auch noch so ein paar Verankerungen, wo man den Schlauch so durchziehen kann, bis an den Brustgurt rüberschnallen konnte und dann währenddessen trinken konnte. Ansonsten, da drin gibt es natürlich dieses Rückenfach, von dem ich gerade schon erzählt habe. Aber es gibt noch ein sehr cooles Fach. Ich hoffe, das kann ich euch mal zeigen. Das befindet sich quasi da drüber. Das ist so ein kleines internes Fach, von dem man auch nur drin rankommt. Sehr, sehr dünn, einfach hier aus Nylon, denke ich. Und das ersetzt natürlich schon mal so ein bisschen so einen kleinen Packsack. Also für mich war das sehr praktisch. Ich hatte da meinen Poncho, glaube ich, zuerst hauptsächlich drin. Und ich glaube noch irgendwas Kleines. Genau die Käppi hatte ich da auch noch drin. Und gerade auch wenn der Poncho nass ist, dann bietet es sich vielleicht an, dass man nochmal so ein kleineres geschütztes Fach hier vielleicht hat, um den Rest des Rucksacks auch trocken zu halten. Also das fand ich wirklich sehr gut. Ansonsten ist es einfach nur ein Schlauch-Rucksack. Viel mehr Organisation gibt es da gar nicht. Und deswegen kommt man da auch auf dieses Gewicht von 850 Gramm, was wirklich von allen anderen Decathlon-Rucksäcken konkurrenzlos ist. Und der Preis ist dafür, und ich finde nur, 99 Euro. Und wenn ihr euch das mal anschaut, das ist sehr, sehr dickes Ripstop-Nylon. Ich weiß die Angabe nicht, aber das sieht mir nach 200, 300 D vielleicht sogar aus. Also wirklich was sehr, sehr Stärkes. Unten sogar noch ein bisschen stärker. Der wird auf jeden Fall sehr, sehr wasserdicht erstmal sein. Wir haben auch überall diese imprägnierten Reißverschüsse hier, die abgedichtet sind. Deswegen eine unglaubliche Qualität. Und vollständig aus Ripstop-Nylon. Deswegen 850 Gramm. Und ich würde sagen, für Leute, die vom Gear 4 Free vielleicht upgraden wollen, weil sie mehr Platz brauchen. Oder direkt nach einem guten Einsteiger-Rucksack suchen, der nicht direkt 300 Euro kostet. Da bietet der sich mit 850 Gramm wirklich schon sehr, sehr gut an. Ein Ultraleicht-Rucksack mit der Größe ist wahrscheinlich so ungefähr 300 Gramm leichter. Aber kostet natürlich auch das Dreifache. Und zum Schluss gibt es noch eine Funktion an dem Rucksack, die auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Das finde ich jedenfalls nicht klassisch bei Ultraleicht-Tracking-Rucksäcken. Da ist, wir haben nämlich hier einen Reißverschluss mit einem Fach, das nach innen geht. Und ich von hier aus dann an meine Kleidung, an mein Zelt oder sowas komme. Und ich habe das hauptsächlich genutzt, um eben dort diesen Wasserfilter hier zu platzieren. Ich habe gerade schon gesagt, die Trinkblase ist jetzt 2 Liter. Und ich gehe gerne immer mit 3 Liter aus dem Haus. Und Decathlon bietet auch, das wusste ich vorher auch nicht, einen eigenen Wasserfilter an. Und das kommt quasi in dieser Form hier. Es ist ein vollständiger Wasserfilter, der hier quasi oben drauf geschraubt ist. Und dieses dehnbare Kunststoffmaterial hier fasst 1 Liter Wasser. Und ich kann eben hier raus einfach trinken oder ich kann das Ganze aufdrehen. Und da kann man wirklich sehr, sehr praktisch einfach Wasser auffüllen. Das heißt, auf meiner Tour bin ich einfach zu einem Bach gegangen, als ich mal die Funktion testen wollte. Konnte die gesamte Flasche dann einfach so ein bisschen in den Fluss halten. Die war sehr, sehr schnell voll. Man schraubt es einfach drauf und kann es dann eben einfach daraus trinken. Und abends habe ich es dann auch genutzt, um das Wasser quasi in einen Topf zu packen. Und die Durchflussrate ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich würde sie mit dem normalen Sawyer Wasserfilter vergleichen. Deutlich besser als die kleinen Filter. Und mit diesen 1 Liter und der 2 Liter Trinkblase kommt man dann auf 3 Liter, die ich wirklich immer empfehlenswert finde für mehr Tagestouren. Gerade wenn man dann auch abends viel kocht und dann morgens noch was zum Zähneputzen und so braucht. Ja und diese Flasche, die hatte ich dann immer neben meinem Zelt, neben meinem Schlafsack, in diesem Fach hier. Und wenn ich schnell mal was auffüllen wollte oder dran wollte, konnte ich da eben wunderbar über dieses Fach drankommen. Ja und weitermachen möchte ich mal mit dem Zelt. Und wenn man sich die Zelte bei Decathlon anguckt, dann sind die auch größtenteils sehr, sehr schwer. Aber es gibt ein Ein-Personenzelt, nämlich das MT900. Ich glaube, das ist auch von 4Class. Und da steht quasi in der Beschreibung eigentlich ein viel höheres Gewicht, als das man fürs Ultraleicht-Tracking wirklich braucht. Man kann einige Sachen weglassen, wie zum Beispiel erstmal die ganzen Packsäcke, die da mitkommen. Generell werden hier sehr, sehr viele Packsäcke mitgeliefert, die auch teilweise in die Gewichtsangaben in der Artikelbeschreibung mit eingerechnet werden. Ich zeige euch mal am Ende einfach nur die Sachen, die ich wirklich ohne was kaputt zu machen wirklich gesammelt habe und wie ich dadurch das Gewicht reduzieren konnte. Die Gewichtsangaben in der Packliste sind schon die Angaben ohne Packsäcke, also wirklich das Minimale, was man fürs Ultraleicht-Tracking braucht. Und so kam ich dann bei dem Zelt auf ein Gewicht von 1093 Gramm, was sehr, sehr gut ist, fast dann der 1-Kilo-Grenze ist und das Zelt kostet 170 Euro. Und auch da finde ich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich zeige euch mal, wie das Zelt aussieht. Nach der Tour abends kam ich dann auf meinem kleinen Winter-Campingplatz dort an, kleinen Schneespot. Und da habe ich dann zum ersten Mal das Zelt aufgebaut, hat auch keine Anleitung und es war eigentlich größtenteils selbsterklärend. Der Aufbau ging auch sehr, sehr schnell. Es ist kein freistehendes Zelt, das heißt, man braucht nicht zwingend einen Tracking-Stock dafür. Wir haben diese Stangen hier, die dabei kommen und die sind alle miteinander verbunden. Und ihr seht schon, da gibt es ein paar gelbe und ein paar schwarze, die trotzdem mit so ein Gelenk hier verbunden sind. Und das ist so eine Art Dreieckskonstruktion, die man damit aufbaut. Und dadurch ist es eigentlich relativ selbsterklärend und auch stabil. Ich dachte im ersten Moment, es wäre sogar freistehend, weil es durch diese Konstruktion eigentlich ganz leicht erstmal steht. Ja, und jedenfalls steckt man das in die Ecken des Innenzeltes rein, klippt dann das Innenzelt, was natürlich ja auch mit einem Moskitoschutz dann kommt, mit einem Meschgewebe vorhanden ist, in die Stangen rein und zieht dann darüber das Außenzelt, was man dann auch gewissermaßen in die Heringe klippt, die am Ende sind. Die Heringe sind auch überraschend klein, da kommen auch sehr viele mit. Und die haben völlig ausgereicht. Es gibt auch ein paar Abspannleinen, die ich gar nicht brauchte, wenn es natürlich sehr windig ist, sollte man die benutzen. Und ein Hering wiegt hier 11 Gramm, was durchaus auch okay ist. Also ich hatte schon Heringen bei Zelten, die das 3- oder 4-fache gewogen haben. Deswegen auch, da hat man glaube ich daran gedacht, dass man das leichter machen will, was ich sehr gut finde. Sechs Stück brauchte ich insgesamt. Was ich noch bei keinem Zelt so vorher gesehen habe, ist, dass es im Vorzelt einen kleinen Bereich gab oder im Vestibul, der auch mit einer kleinen Plane bedeckt war. Das heißt, wenn man draußen einen Rucksack hinstellen möchte oder auch andere Sachen, dann stehen die vielleicht nicht in einer Pfütze oder im Nassen. Und man hat das ein bisschen mehr geschützt. Ja, und vom Platz her war es für ein Ein-Personenzelt, so das, was ich gewohnt bin vom Ultraleicht-Tracking schon sehr luxuriös. Also von meiner Körpergröße mit 1,90m habe ich da super reingepasst. Und auch der Headroom, den ich da hatte, der war ausreichend. Ich konnte im Sitzen im Zelt wirklich kochen, habe mich da schön reingesetzt und habe meinen Topf quasi einfach davor gestellt und habe das Sitzkissen auch noch benutzt, um da alles draufzustellen. Und dann konnte ich eigentlich sehr, sehr entspannt kochen. Das Zelt ist natürlich auch doppelwandig, was auch ja nicht normal ist bei Ultraleicht-Tracking-Zelten. Ich persönlich finde es immer ein bisschen besser, wenn es nur eine Wand hat, weil man dann Gewicht spart. Aber gerade bei der Temperatur, wo ich unterwegs war, minus 6 Grad, da hat es natürlich nachts sehr, sehr stark gefroren. Und dann ist man dann doch schon froh, wenn die ganze Kondensation, der ganze Frost an der Außenhülle ist, die man dann auch getrennt abnehmen kann und nicht wirklich am Inneren des Mesh-Gewebes. Deswegen bin ich auch da sehr zufrieden. Wenn man sich den Aufbau einmal angeguckt hat, geht es sehr, sehr schnell. Ich würde sagen, auf jeden Fall unter 10 Minuten. Das Zelt wirkt sehr, sehr robust, also robuster würde ich sagen, als die meisten Ultraleicht-Zelten natürlich. Wiegt dadurch aber auch 1,1 Kilo, wenn man da ein paar Sachen weglässt. Ja, und weiter geht es mit der Isomatte. Und da gab es ja lange Zeit auch diesen Z-Light-Klon, sage ich mal, bei Decathlon, den viele schon mal benutzt haben. Also wirklich diese schaumstoffbasierte Isomatte, die ein bisschen sperrig vielleicht außerhalb des Rucksacks befestigt werden kann, auch nicht so einen hohen R-Wert hat. Und da war ich auch zum Beispiel überrascht, dass es mittlerweile eine Isomatte gibt, die 620 Gramm nur wiegt. Also sehr, sehr gut mit einem R-Wert von 3,3. Was echt, finde ich, völlig in Ordnung ist und so im Mittelklasse-Segment angesiedelt ist. Man kann das natürlich nicht mit der Thermarest vergleichen, die 200 Euro kostet. Die wiegt dann nochmal 270 Gramm weniger, noch mal ein bisschen mehr R-Wert. Aber für 75 Euro ist diese Isomatte wirklich zu empfehlen. Einerseits hat die erstmal zwei Ausgänge hier. Ihr seht das vielleicht. Ich drehe das mal noch ein bisschen. Einer, wo man die Luft wirklich reinpustet und einer, der ganz einfach die Luft dann rausholt. Und beim Reinblasen, das geht auch sehr, sehr schnell. Also die hat einzelne Luftkammern wohl und lässt sich deutlich schneller aufblasen als eine Neo AX-Lite. Das ist so die einzige, die ich so im Vergleich hatte. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Sehr, sehr einfach durch dieses Rückflussventil hier, sage ich mal. Und am Boden, auch eine nützliche Funktion, sind so kleine Gummistellen hier eingearbeitet, sodass die gar nicht so viel im Zelt rutscht. Man kann natürlich auch die Seite nach oben machen. Das heißt, dass man selber nicht darauf so rutscht, wenn das Zelt ein bisschen abschüssig steht. Das ist bei meiner Neo AX-Lite manchmal so ein bisschen so, dass wenn das Zelt schief steht, ich da echt stark runterrutsche. Deswegen eine nette Idee, die, glaube ich, auch nur ein paar Gramm mehr wiegen dürfte. Und die ist sehr, sehr breit und auch nicht in Mumium-Form. Und das muss man auch berücksichtigen. Weil wenn man sich mal eine AX-Lite anguckt, die dann nicht in Mumium-Form kommt, sondern die Regular Wide oder vielleicht, ich glaube, Max, das heißt, die, die dann auch diese Ecken hier hat, dann landet die auch auf jeden Fall bei 100 bis 200 Gramm mehr. Deswegen echt für den Preis war ich da sehr überrascht. Und die war auch sehr bequem. Ich kenne die Dicke jetzt leider nicht auswendig. Ich würde aber sie auf drei Zentimeter vielleicht schätzen. Also vom Komfort hatte ich da auf jeden Fall auch kein Problem. Ja, und als nächstes möchte ich euch den Schlafsack zeigen, den ich dort verwendet habe. Und das ist auch, das Modell heißt MT500. Und ihr wisst, ich verwende nur Kunststoff-Schlafsäcke. Und das ist ein Polyester-Schlafsack, der auch, das kann ich nicht anders sagen, wie bei allen Decathlon-Sachen von der Wertigkeit und von der Verarbeitung wirklich sehr, sehr gut ist. Und der hat einen T-Limit-Komfortwert von 0 Grad. Das heißt, 0 Grad, wenn ihr wirklich mit voller Montur schlaft, wenn es richtig kalt ist, erwartet der Schlafsack, dass ihr vielleicht auch eine Mütze, Multifunktionstuch auf habt, dass ihr euren Base-Layer anhabt, den Mid-Layer und vielleicht sogar noch die Puffy-Jacket. Ja, und dieser Schlafsack, der war für meine Größe sehr, sehr gut. Der wiegt, habe ich gar nicht gesagt, 1080 Gramm nur. Und das ist für einen Kunststoff-Schlafsack, der bis 0 Grad geht, auf jeden Fall gut. Vor allem da er noch 65 Euro kostet. Er hat noch die Besonderheit, dass er zwei Reißverschlüsse hat. Einmal links, einmal rechts. Das heißt, man kann es auch mal so beim Kochen im Lager wirklich so als Decke benutzen. Und der wirkt für mich auch sehr, sehr dick. Also ich weiß nicht genau, welcher Kunststoff da drin verwendet wurde. Das ist halt kein Apex, das kann man von dem Preis nicht erwarten. Deswegen isoliert der Programm jetzt nicht ganz so gut. Aber er wirkt sehr, sehr bauschig, sehr, sehr füllig, sehr bequem. Er hat auch diese Zweifarbigkeit, damit man natürlich den Boden, falls er irgendwie dreckig ist oder nass ist, das nicht so schnell sieht. Und natürlich bei allen Kunststoff-Schlafsacken immer der Effekt, dass er sehr, sehr wasserresistent ist und auch wärmt, wenn es eben nass ist. Also nicht so wie bei Daune vielleicht. Oder manchmal gibt es natürlich auch die hydrophobe Daune, die dann auch ein bisschen besser damit klarkommt. Aber man hat auch dieses Risiko eben nicht, wenn es dann mal nass wird, dann kann es nicht so stark verklumpen und erwärmt immer noch ausreichend. Und wie gesagt, vom Komfort, von der Länge mit 1,90 bin ich da auch voll zufrieden. Und 65 Euro für 0 Grad Kunststoff, Kunstfaser-Schlafsack, 1080 Gramm, super. Ja, was brauche ich noch, wenn ich das Zelt, die Isomatte und den Schlafsack habe? Ich zumindest brauche noch ein Kopfkissen. Und das ist jetzt mal ein Teil, was ein bisschen mehr wiegt, als es sollte. Nämlich, das ist ein Quechua Air Basic Kissen. Das ist erst mal relativ groß und aus einem sehr dicken Stoff. Und das wiegt 99 Gramm, was jetzt schon, finde ich, für ein Kissen sehr, sehr viel ist. Da kann man sich schon überlegen, ob man das dann vielleicht überhaupt mitnimmt. Aber es kostet nur 6 Euro. Also der Preis ist auf jeden Fall da super. Und es ist auch ein bisschen größer, sage ich mal, als die, die ich jetzt vom Ultraleicht-Tracking benutze. Die haben einen ganz normalen Anschluss, wie man das auch so von Luftmatratzen beim Schwimmen irgendwie kennt, völlig ausreichend. Natürlich super bequem, aber 99 Gramm, da wäre es schön, wenn es da vielleicht in Zukunft noch eine leichtere Variante gibt. Zum Vergleich so ein Sea-to-Summit-Air-Pillow oder was von Z-Packs. Die wiegen dann 29 Gramm, 33 Gramm. Also das wiegt schon das Dreifache, kostet aber auch dann nur ein Achtel. Also so könnte man dann vielleicht auch argumentieren. Und wer dann wirklich gar kein Kissen hat, der kann das auf jeden Fall mit auf eine Tracking-Tour nehmen. Was ich auch immer noch in der ersten Kategorie Lager und Rucksack habe, ist eben dieses Sitzkissen bzw. Rückenpolster. Eben aus dem Grund, weil ich es oft als Rückenpolster verwendet habe. Das wiegt jetzt in der vollen Fassung 27 Gramm. Und ja, ist halt sehr praktisch. Wie gesagt, man kann es hier außen befestigen. Ich nutze das als Sitzunterlage, gerade als ich Pausen gemacht habe und mich mal auf einen Baumstamm gesetzt habe, der mit Schnee voll war. Dann kann man das eben rausziehen, da hinlegen und das isoliert dann schon sehr, sehr stark. Also natürlich nicht so stark wie eine Isomatte, aber einen R-Wert, glaube ich, von 2 wird das schon haben. Auch wenn man sich dann am Zelt umziehen möchte und man möchte es vielleicht nicht im Liegen alles machen, kann man sich da draufstellen, um trockene Füße zu haben. Und ja, das kostet auch nur 6 Euro. Ich finde das immer sehr, sehr gut. Ich würde es jetzt vielleicht bei der zweiten Tour dann doch in die Hälfte schneiden, weil mir das eigentlich vom Sitzen dann so reicht und auch zur Not, wenn man sich mal da drauf stellt. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie auf der Liste, nämlich Küche und Wasser. Und da möchte ich mal mit dem Kocher anfangen, von dem ich auch echt begeistert bin. Erst dachte ich, dass er schwerer wäre, als er aussieht. Aber dieser große Kocher, wirklich auch mit dieser Windschutzflammenbauart, der deutlich schon mal windresistenter als zum Beispiel so ein BRS-Kocher ist, wiegt 85 Gramm und kostet 85 Euro. Und auch zu erwähnen ist, dass er eine Piezo-Zündung hat. Das heißt, man braucht kein Feuerzeug und kann sich die 11 Gramm vielleicht für einen Mini-Big dann auch sparen. Und der hat eine sehr große und stabile Fläche und ich habe den jetzt zweimal verwendet, abends zum Wasser aufkochen. Das ging auch ausreichend schnell. Deswegen also für den Preis auch, wie gesagt, 85 Gramm ein zu empfehlender Kocher auf jeden Fall. Ja, etwas, was ich dann wieder nicht ganz empfehlen kann, ist dann der Topf. Und das ist auch der MT500. Die heißen ungefähr alle so. Das ist der hier und der ist leider erstmal nicht aus Titan, was natürlich dann schon mal für sehr, sehr viel extra Gewicht sorgt. Und der fasst 900 Milliliter und der kam, als ich das gekauft habe, in so einer Art Set. Also da waren noch viele andere Sachen bei, die ich dann alle gar nicht mitgenommen habe. Und wie ihr gerade schon seht, hat man die Möglichkeit, diesen Henkel hier auseinander zu ziehen und zusammen zu drücken. Das heißt, man hat wirklich ein sehr, sehr großes Kochgeschirr hier und kann natürlich, da es Aluminium ist, hat es den Vorteil, dass man da auch relativ gut kochen kann, weil die Hitze sich besser als bei Titan hier drin verteilt. Aber er wiegt dann in der Form, nur das, was ihr hier seht, 197 Gramm. Jetzt sind es sogar 204 Gramm. Also schon eine Menge. Aber in diesem Set waren da eben noch andere Teile bei, von denen ich gerade erzählt habe. Einerseits gibt es den kleinen dünnen Deckel. Der ist schon mal gut, dass er aus Kunststoff ist. Den hatte ich jetzt nicht mitgenommen. Der wiegt 35 Gramm. Ich persönlich brauche meistens keinen Deckel. Für alle, die einen brauchen, der ist auf jeden Fall dabei. Den könnt ihr mitnehmen. Und dann gab es dann noch so eine kleine integrierte Schüssel hier. Die kann man auch hier reinstellen, das alles dann gut transportieren und daraus dann gegebenenfalls essen. Ich brauche das eigentlich auch nicht, weil ich meistens, wenn ich was esse, dann Track & Eat esse. Oder so kleine Snacks, wo ich dann irgendwie keine Schale oder keinen Teller so brauche. Was auch noch dabei war und was ich wiederum richtig gut finde, ist dieser Spork hier. Und den hatte ich auch schon damals mal gesehen, 2020 im Sauerland. Und den kann man einfach so auffalten. Ist auch von 4-Class. Hier ist so ein kleiner Schalter dran. Wenn ich den nach vorne drücke, dann stabilisiert sich das Ganze. Ist sehr stabil und wiegt 11 Gramm, 12 Gramm. Was sehr, sehr gut ist. Ich glaube sogar alles zusammen kostet 20 Euro. Also mit dem Deckel, mit dieser Schale, mit dem Löffel. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Preis. Aber natürlich dann, weil es Aluminium ist, deutlich schwerer als ein Titan-Modell. Was ich dann aber noch so ein bisschen als Schüsselersatz gefunden habe, ist dieser richtig coole Becher hier, von dem ich auch begeistert bin. Trail X Light Cup heißt der. Und der wiegt unglaubliche 10 Gramm nur. Den kann man einfach so zusammendrücken und wieder mitnehmen. Und ich glaube, der kommt von so Trail Runs. Der hat ja auch diese Schlaufe. Da kann man dann seinen Daumen durchmachen und dann quasi im Rennen trinken. Der fasst nur 200 oder 250 Milliliter. Aber da der so klein ist und nur 10 Gramm wiegt, habe ich den mal mitgenommen. Wenn ich mein Wasser ein bisschen erhitze, schütte ich mir meistens was ab. Für einen Kaffee oder für einen Tee. Ihr müsst allerdings aufpassen, denn offiziell, das hatte ich hier gelesen, soll man da wohl kein Wasser reinmachen, was über 40 Grad warm ist. Ich hatte jetzt ungefähr bei 60 Grad. Das war auch voll okay. Ich habe da jetzt irgendwie kein Plastik geschmeckt, aber ich würde da jetzt kein kochendes Wasser reinpacken, weil ich denke mal, dann wird der Becher sich entweder verformen oder vielleicht wird da sogar irgendwas vom Plastik austreten oder so. Aber ich finde es sehr praktisch und man braucht keinen Becher zwingend. Ich nehme auch manchmal keinen mit. Aber für 10 Gramm finde ich das echt ein gutes Produkt auch. Da wo ich gerade schon mal drüber gesprochen habe, das will ich noch einmal kurz erwähnen, diese Trinkblase in 2 Liter und auch diesen Wasserfilter. Da kostet die Trinkblase 13 Euro, der Wasserfilter 25 Euro und der Wasserfilter, so wie man ihn hier sieht, wiegt 180 Gramm, was jetzt auch ein bisschen mehr ist. Und Soja Squeeze wiegt 60 Gramm, hat dann natürlich nicht die Möglichkeit, einen Liter Wasser zu fassen und auch nicht diese Funktion, das so einfach zu machen. Trotzdem kann man natürlich für 23 Gramm auch eine 1,5 Liter PET-Flasche mitnehmen. Deswegen auch eine relativ schwere Lösung. Aber ich finde sie eigentlich sehr praktisch und für 25 Euro finde ich es auch sehr, sehr fair. Ein Wasserfilter kostet normal das Doppelte. Die Trinkblase 13 Euro jetzt in der 2 Liter Größe. Finde ich sehr, sehr gut. Hat bei mir gut geklappt. Da hat das irgendwie nie gestockt, das Wasser. Auch gibt es hier diese Abdeckung, die man abziehen kann. Und dann diesen Schalter hier, den man umdreht und dann kann man daraus trinken. Und wie gesagt, der Vorteil einer Trinkblase ist natürlich, dass man einfach ganz kurz mal anhalten kann und sogar während des Laufens mal kurz das aufdrehen kann, dann trinken kann. Und das ist gerade für Leute auch empfehlenswert, die manchmal vielleicht ein bisschen Probleme haben, genug Wasser während der Tracking-Tour zu trinken, weil man da vielleicht einfach nicht dran denkt. Und wenn man da vorher diesen Schlauch vor sich hin baumeln hat, dann bin man vielleicht manchmal ein bisschen daran erinnert, mal kleine Schlücke zu trinken. Und muss dann quasi nicht den Rucksack abstellen, irgendwie eine Flasche rausholen. Deswegen finde ich Trinkblase im Prinzip eigentlich nicht schlecht. Aber wie gesagt, 2 Liter, 100 Gramm, natürlich dann schwerer als eine Lösung, die auf PET-Flaschen basiert. In der nächsten Kategorie, Technik und Licht, da findet ihr jetzt nur ein Gegenstand erstmal, und zwar eine Kopflampe. Und das ist auch etwas, wovon ich wirklich sehr, sehr überrascht war. Nämlich diese Kopflampe hier für 20 Euro wiegt nur 45 Gramm. Was wirklich sehr, sehr gut ist, wenn man bedenkt, dass die normale Nightcore NU25, die sehr, sehr häufig benutzt wird, mit dem Standard-Kopfband einfach mehr wiegt. Natürlich hat die ein bisschen mehr Lumen. Ich glaube, die hat jetzt 200 Lumen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Hat auch einen Rotlicht-Modus und wird leider auch mit USB-C, ach, Mikro-USB nur aufgeladen. Wird mal eine andere aber auch, deswegen eigentlich kein Problem. Ich verwende dafür diesen kleinen Adapter. Und die Helligkeit ist auf jeden Fall ausreichend für eine Tracking-Tour. Und wie gesagt, 45 Gramm, ein sehr, sehr guter Wert. Das Band ist extra sehr, sehr dünn gemacht, wie man hier sieht. Deswegen etwas, was mich überrascht hat. 20 Euro ist auch ein guter Preis für eine Kopflampe. Die von Nightcore kostet ein bisschen mehr. Und wie gesagt, wenn ihr keine Lust habt, das Band da irgendwie abzuändern, ein kleineres Band zu machen, dann könnt ihr ruhig auch zu dem Modell greifen. Und ich habe die ja einmal aufgehabt. Ich war tagsüber unterwegs. Da war es noch hell. Aber abends im Zelt habe ich sie dann aufgesetzt und als es ein bisschen dunkler wurde, die hat natürlich auch verschiedene Modi. Ich glaube, drei Helligkeitsstufen und auch verschiedene Rotlicht-Modi. Und ja, auch natürlich die Funktion, dass man hier die sehr gut bis 90 Grad Winkel wirklich abdrehen kann. Und ja, das ist auch eine Funktion, zum Beispiel, die fehlt mir manchmal bei Kopflampen. Einerseits, dass man die wirklich ganz weit runterdrehen kann. Und andererseits, dass die niedrigste Helligkeitsstufe manchmal schon zu hell ist. Und das ist bei der auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Deswegen bin ich da auch sehr entspannt im Zelt dann abends noch kochen konnte und was lesen konnte. Ja, und was sonst in der Kategorie jetzt fehlt, sind Powerbank, ein Stecker und ein Ladekabel. Und das sind drei Dinge, die ich jetzt nicht bei Decathlon finden konnte, wo es auch keine gute Lösung jetzt, sage ich mal, gab. Und da müsste man natürlich auf Produkte zurückgreifen, die jetzt von anderen Herstellern kommen. Ihr habt die jetzt in meinen anderen Packlisten schon oft gesehen. Kurze USB-C-Kabel mit Adaptern von Micro-USB. Dann gibt es von Nightcore eben Powerbanks in 10.000 mAh größer und 20.000 mAh. Die NB 10.000, die wiegt 151 Gramm. Das ist das Nonplusultra, die klare Empfehlung. Kostet 60 Euro. Wer da ein bisschen sparen möchte, das habe ich vorher auch noch nicht gezeigt, das habe ich durch Zufall entdeckt, eine kleine Powerbank von Sunnyback, hat dieselbe Kapazität wie die Nightcore, wiegt 26 Gramm mehr, kostet aber nur die Hälfte 29 Euro. Also wer da ein bisschen sparen will, ist das eine sehr gute Alternative. Ja, wer da 20.000er Größen braucht, da gibt es von Anker noch Modelle oder eben auch die neue große NB 20.000, die ich auch mal verlinken kann. Ja, kommen wir zur Kleidung und den Tracking-Stecken. Also wirklich die Kategorie, von der ich am meisten bei Decathlon überzeugt bin und da auch viele Gegenstände immer noch heute in meiner normalen Profi-Packliste verwende. Und das ist, die habt ihr schon immer in meinen Videos gesehen, die Trail Run Cappy bei Decathlon, die 19 Gramm wiegt und die wirklich praktisch ist. Die hat diesen leichten Schaumvorschutz hier. Ist sehr dünn, die hält viel aus. Ich finde die praktisch, die liefert einen guten Sonnenschutz und deswegen auch meine Empfehlung für 12 Euro und 19 Gramm. Ansonsten, Multifunktionstücher gibt es bei Decathlon auch und zwar für 6 Euro nur, 58 Gramm. Das ist dieses hier. Auf meiner Test-Tracking-Tour hatte ich das wie gesagt auch vorne in meiner kleinen Hüfttasche und alle, die Multifunktionstücher kennen, die wissen, wie praktisch die sind. Ich verwende sie eigentlich meistens in einer Linie als Mütze und dann nimmt man diesen Schlauch, dreht den in der Mitte durch, stülpt den über und hat dann quasi zwei Lagen über seinem Kopf und seinen Ohren, was auch bei minus 6 Grad völlig ausgereicht hat von der Dicke. Also da braucht man nicht unbedingt Fleece für und andererseits ist das natürlich auch erstmal ein Tuch, womit man sich manchmal abtrocknen kann im Sommer, ein bisschen sauber machen kann und da gibt es viele andere Möglichkeiten. Man kann das so ein bisschen als Halsschutz, als Schal benutzen und deswegen, das hat einen guten Job gemacht, das auch aus Kunststoff auf jeden Fall ein bisschen dehnbar und ja, damit war ich voll zufrieden auf jeden Fall. Das Base Layer, was ich mir ausgesucht habe, ist eins von Kip Run Care und das ist das, was ihr gerade hier seht, was ich anhabe. Das liegt sehr gut an, hat dann in richtigen Stellen auch ein bisschen, ja, belüftetes Material. Langarm finde ich immer gut als Base Layer und trage das meistens auch im Sommer, weil ich finde, das macht es nicht unbedingt viel wärmer hier im Unterarm. Manchmal bietet es dann auch so ein bisschen Sonnenschutz und ja, das Kip Run Care kostet 18 Euro, 150 Gramm und war jetzt auf jeden Fall auch für den Winter als Base Layer, finde ich, sehr, sehr gut geeignet. Als Mid-Layer, da hatte ich schon vorher mal zwei verschiedene Fleece-Pullover von Decathlon und das ist jetzt, glaube ich, eine neuere Generation noch, heißt auch MH100. 250 Gramm ist das aus 200er Fleece gemacht. Ja, ganz klassisch eigentlich hier oben mit einem längeren Nacken, was ich immer ganz gut finde. Das schützt auch noch mal ein bisschen vor Kälte und Wind und auch mit einem kleinen Zipper. Muss man nicht unbedingt haben, habe ich auch mal in Patagonia, im Mitteljahr jetzt zum Beispiel nicht. Aber manchmal, wenn man es dann anhat und die Sonne kommt mal wieder raus, irgendwie im Frühjahr oder im Herbst, dann kann man schon gut darüber lüften, ohne das dann immer ausziehen zu müssen. Aber ansonsten, die Fleece-Sachen bei Decathlon, die sind auch meistens alle aus Plastikflaschen recycelt, immer sehr, sehr gut. 12 Euro wiegt das. Ich habe das eigentlich die ganze Zeit bei der Wanderung angehabt, auch nachts, als ich dann geschlafen habe. Deswegen sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ja, und kommen wir zur Puffy-Jacket, die ich da verwende, nämlich auch eine neue Generation von der Track 100 Jacke von 4Class. Ich hatte ganz früher mal eine schwarze davon und da hat mir damals der Schnitt nicht so ganz gut gefallen. Aber die Jacke ist auf jeden Fall derselbe Produktname, aber die hat einen besseren Schnitt. Und ich habe die Wanderung begonnen im Base-Layer und im Mittel-Layer und dann in der ersten Pause hatte ich die im Rucksack ganz oben drauf liegen und natürlich, wenn man dann lagert, wird es ein bisschen kälter. Dann holt man die raus, zieht man ganz in Ruhe an und dann wärmt die auch schon wirklich gut. Also die geht weit unter den Nullpunkt, auf jeden Fall, wenn man damit läuft. Da kann man auch bei minus 10 Grad auf jeden Fall wandern. Wie gesagt, mir war es teilweise im Mid-Layer und im Base-Layer schon zu warm. Als ich die dann anhatte, war es auf jeden Fall gar kein Problem. Auch alles synthetisch. Die lüftet auch ganz gut, meines Erachtens nach. Man überhitzt da nicht so schnell drin oder schwitzt nicht so schnell und die Kapuze ist auch sehr eng anliegend, sehr gut und drückt auch irgendwie nicht beim Schlafen. Da hatte ich die ja auch auf. Deswegen super. Auch vor allem, wie gesagt, für 38 Euro, 353 Gramm, wiegt jetzt 100 Gramm mehr als eine Patagonia Micro Puffy zum Beispiel, aber kostet ein Zehntel davon. Das nächste Thema sind die Ponchos und da ist auch etwas, wo ich überrascht war, denn ich hatte schon mal einen Decathlon Poncho und der war echt nicht gut, muss ich einfach so sagen. Der war nicht gut geschnitten, der war sehr schwer und den, den es jetzt da gab, Harald P. Nass heißt der, 500, der wiegt jetzt erstmal schon mal ein bisschen weniger, 290 Gramm in der Form, ist erstmal wieder ein bisschen viel, aber der hat eben diese Funktion mit, dass er den Rucksack auch integriert. Das heißt, ich hatte jetzt zum Beispiel gar keinen Liner dabei. Hätte es geregnet, hätte ich sofort den Poncho auch angezogen, der dann wirklich als einzelne, als einzelnes Fach dann noch über den Rucksack geht. Ich blende euch das mal in einem Foto ein, weil ich hatte keine Situation, was das geregnet hat. Deswegen hatte ich den da live nicht an, aber natürlich ist das schon ein großer Vorteil, wenn man wirklich ganz geschützt ist und ja auch die Arme haben eine gute Länge. Der geht auch sehr, sehr tief runter, quasi über die Gürtellänge noch. Deswegen finde ich jetzt 290 Gramm für 20 Euro da auch nicht zu viel. See-to-Summit Poncho zum Beispiel 150 Gramm. Ich hatte auch mal den Trackmates Essential Poncho empfohlen, der war auch ein bisschen leichter, aber der hat auf jeden Fall nicht die Funktion, dass man da noch gut den Rucksack so einzeln drunter bekommt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch eine gute Wahl für den Poncho. Dann kommen wir zur Hose, die ich bei der Tour verwendet habe und die ich auch seit drei Jahren immer benutze. Egal ob im Sommer, egal ob im Winter. Ich habe die Hose immer an und damit starte ich auch immer. Und das ist eine kurze Hose, eine von Evadict, die Trail Run Shorts, die auch doppellagig ist, sage ich mal. Also die hat einmal so einen Überwurf, der ein bisschen weiter ist und darunter so eine Art Leggings, die sehr eng anliegt. Und deswegen sind auch im Winter eigentlich meine Oberschenkel immer sehr, sehr warm und ich friere nicht so stark unten, weswegen mir das eigentlich immer bis zum Gefrierpunkt auch meistens reicht. Und das Coole an der Hose ist auch, dass die sehr, sehr gute Fächer hat. Einmal hier in der Mitte vorne, da tue ich immer mein Handy rein, kommt da sehr gut dran. Das stört auch in der Mitte dann gar nicht beim Gang. Rechts und links gibt es noch kleine Fächer, wo ich meistens nichts rein tue. Wenn mal vielleicht beim Kochen irgendwie das Feuerzeug oder so. Und hinten gibt es auch noch eine Reißverschlusstasche, die ich sogar meistens als Portemonnaie verwende, wo ich vielleicht mal eine EC-Karte, eine Bankkarte reinpacke, ein bisschen Geld und das dann auch die ganze Tour hier drin bleibt. Und dadurch, dass das in der Mitte gelegen ist, merkt man das gar nicht beim Laufen. Das fungiert für mich quasi wie so eine Art Fannybag, Bauchtasche, wo man nochmal irgendwie drei Liter oder sowas extra an Stauraum insgesamt hat. Die ist sehr bequem, die ist sehr weit und deswegen kann ich die nur empfehlen, wenn ihr auch grundsätzlich eine kurze Hose haben wollt. Es solltet dann aber zu kalt werden und bei mir wurde es dann zumindest in der Pause auch dann so kalt, dass dann meine Beine unten angefangen haben zu frieren. Dann ziehe ich entweder Regenhose erstmal drüber und da gibt es auch eine sehr gute Regenhose von Decathlon. Ewa dickt auch die Marke 185 Gramm für 50 Euro und das ist eine sehr schnittige Regenhose, die eine gute Wassersäule hat. Die hat so ein Gummiband hier auch oben, das kann man so ein bisschen fester ziehen. Also ich weiß noch, die erste Version, die hatte das nicht. Die war dann manchmal ein bisschen zu locker oder manchmal auch ein bisschen zu eng, weil dann viel Kleidung zum Beispiel anhatte. Die kann man ein bisschen variieren. Die hat hier unten die Lüftungsausschlitze. Das heißt, man kann die gegebenenfalls auch über die Schuhe ziehen manchmal. Ich habe das in der Pause so gemacht, dass ich meinen Sitzkisten quasi hingelegt habe, mich da drauf gesetzt habe und dann kurz einfach die Schuhe ausgezogen habe, die Hose drüber gezogen habe, als kalt wurde und die Schuhe dann wieder angezogen habe. Und das bringt schon ein bisschen Hitze, ist natürlich nicht die Funktion, die isoliert jetzt nicht, aber wenn schon mal kein Wind drankommt, macht das schon viel aus. Ja, und wenn es dann aber kälter wird oder wenn ich schlafen gehe, dann brauche ich noch eine Fließhose. Und da habe ich diese hier für 12 Euro gefunden von Solonac. Ich glaube, das kommt aus dem Jagdsegment. Deswegen ist die auch grün. Hat mich jetzt nicht gestört. Ist einfach eine ganz normale Fließhose mit einer ausreichend guten Dicke fürs Schlafen. Und natürlich, das hatte ich in Schweden teilweise mal so gemacht, wenn es so kalt wird, dann kann man die Fließhose dann erstmal über die kurze Hose ziehen oder vielleicht die kurze auch ganz aus und dann die Regenhose drüber. Und dann ist man wirklich für sehr extreme Temperaturen gewappnet. Ja, wie gesagt, abends dann im Schlafsack, wenn man bei dem Schlafsack bei 0 Grad ausgeht, T-Limit, da rechne ich dann auf jeden Fall auch mit so einer Fließhose. Und damit war es dann auch okay. Und ich finde, für 12 Euro macht die auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Schuhe, die ich da im Schnee getragen habe, das waren auch die, die ich letztens auch schon mal gezeigt habe, nämlich die aus dem Speedhiking-Bereich. Die habe ich hier nicht auf den Tisch gestellt, weil die noch ein bisschen dreckig sind. Aber das sind auch sehr, sehr gute Schuhe, weil sie erstmal leicht sind. Sie haben ein gutes Profil, also klassische Trailrunner. Meshgewebe oben, das heißt schnell trocknend. Nicht wasserdicht, das heißt, wir werden schnell nass, aber trocknen dann auch wieder schnell. Und was ich besonders cool finde, ist, dass hier quasi bei den Schuhen, dass man die unter der Lasche so zuziehen kann. Und ich habe das quasi bei mir einmal so eingestellt, dass ich da einfach rein und raus schlüpfen kann, ganz, ganz schnell. Und die sind hier noch so ein bisschen enger, haben hier so einen ganz dünnen Stofflappen nur dran, der dafür auch so ein bisschen die Funktion von einem Gator übernimmt. Das heißt, dass da ein Großteil des Drecks oder auch Wasser, was vielleicht das Bein runterläuft, da nicht direkt reingeht. Und der Schuh fühlt sich für mich sehr, sehr bequem an. Der ist vorne auch ein bisschen breiter. Ich habe generell vorne nicht so breite Füße, aber manche Leute, die zum Beispiel die Altra Lone Peaks verwenden, die machen das, weil sie vorne an den Zehen halt Probleme haben und an den Seiten scheuen. Deswegen finde ich das ein sehr gutes und stylisches Modell eigentlich. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch 1000 Kilometer halten, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die haben schon sehr, sehr großes und starkes Profil. Den Langzeittest muss ich nochmal angucken, aber auch den Preis muss man beachten, denn die kosten nur 55 Euro. Und normal mittlerweile die Altra 7, die kosten das Dreifache zum Beispiel. Und da kommt man natürlich schon deutlich günstiger weg, wenn man wirklich viel tracken geht und im Jahr vielleicht ein paar tausend Kilometer macht. Bei den Socken habe ich mich ein bisschen umgeguckt, da hatte ich jetzt gar nichts Spezielles. Ich habe mich für die Kip Run 500 empfohlen. Die haben so meine Lieblingslänge, leicht knöchelhoch, ganz, ganz dünn, also schnell trocknend 28 Gramm wiegt er ein Paar und das kam glaube ich auch in einem Doppelpack für 3 Euro oder 6 Euro zusammen. Und die hatte ich sowohl tagsüber bei der Wanderung an, als auch dann nachts, als ich geschlafen habe. Und ja, die haben auf jeden Fall ausreichend isoliert meine Füße. Gibt natürlich dickere, zur Not kann man die auch bei kalten Nächten vielleicht doppelt anziehen. Deswegen nichts Besonderes, aber war auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Ich hatte da jetzt auf der Wanderung irgendwie keine Blasen oder sowas. Ja, ich habe gerade schon kurz von den Handschuhen gesprochen. Da gibt es auch diese ganz dünnen Vlies-Handschuhe, Track 100, 200 Gramm Vlies, beide zusammen 40 Gramm, kosten nur unglaubliche 3 Euro. Hatte ich auch schon mal in der Einsteiger-Budget-Packliste gezeigt. Ich finde die super gut. Die haben genau das, was man braucht und keinen Schnickschnack wirklich generell. Für 3 Euro macht man da nichts falsch. Und die schützen natürlich in erster Linie erstmal nur vor Kälte. Aber wenn es dann windig wird und nass wird, braucht man eben Überzieh-Handschuhe. Und da wusste ich auch nicht, dass Decathlon wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt hat. Auch mit einer der größten Überraschungen, nämlich diese Überzieh-Liner-Handschuhe. Komplett wasserdicht, sehr, sehr lang, was mir da immer wichtig ist. Eine extra Schlaufe, damit sie nicht verrutschen können. Man kann sie enger ziehen, damit kein Wasser reinläuft. Und das Beste ist, die wiegen nur 52 Gramm beide zusammen und kosten nur 20 Euro. Und jeder, der sich schon mal solche eher over-mits gekauft hat, wasserdichte, der weiß, wie viel Geld man da teilweise für ausgeben kann. Deswegen war ich da echt beeindruckt, dass sowas für 20 Euro wirklich möglich ist. Und wenn man beide zusammen nimmt, also ich habe zum Beispiel die Fließ-Handschuhe, die packe ich auch immer in einen Überzieh-Handschuh rein, mache den ganz klein und packe den quasi in den anderen. Dann hat man so einen kleinen Handschuh-Ball, den man so einpacken kann. Und den hatte ich dann auch vorne hier wirklich drin, mit dem Multifunktionstuch und konnte es dann, wie gesagt, da immer sehr schnell rausholen. Und da war es dann auch wasserdicht so verpackt, natürlich auch durch die Überzieh-Handschuhe, dass die Fließ-Handschuhe da auch gar nicht nass geworden sind. Ja, der allerletzte Gegenstand, auch noch eins von den Top 5 hier, würde ich sagen, sind die Tracking-Stöcke. Und da war ich genauso überrascht, jetzt wie bei der Kopflampe vielleicht auch, wie bei dem Rucksack, wie bei den Überzieh-Handschuhen, als ich diese Tracking-Stöcke aus dem Speed-Hiking-Bereich gesehen habe. Von Ketschua und einer wiegt 210 Gramm, was sehr, sehr, sehr gut ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass die 20 Euro kosten. Und das ist quasi schon fast auf Carbon-Niveau. Also ich kenne Carbon-Stöcke, die ein schwereres Einzelgewicht haben. Die sind hier aus Aluminium. Die sind wirklich sehr minimalistisch. Also wir haben nur diesen einen Verschluss hier, der auch ausreicht. Wir haben ganz normal diese Zentimeter-Angabe. Der ist mir nicht einmal irgendwie unter Druck dann noch verrutscht. Ich habe den nur einmal aufgemacht, einmal zugemacht. Natürlich ist das jetzt nicht dreigeteilt. Das heißt, diese Länge hier im eingeklappten Zustand ist jetzt nicht die kürzeste. Mir ist das persönlich völlig egal. Ich kann es auch so im Rucksack befestigen oder auch so transportieren. Wenn man das jetzt irgendwie mal im Koffer aufgibt oder so, na gut, dann ist es vielleicht praktischer, wenn es noch ein bisschen kleiner ist. Aber man kann damit auch auf jeden Fall eine Zeltkonstruktion aufspannen. Ich sehe, die Maximallänge ist hier sogar 135 und dann geht es erst in den roten Bereich. Das heißt, der geht auch sehr, sehr lang raus. Und da es wirklich gutes Aluminium ist, denke ich, dass der auch sehr stabil, wie gesagt, für den Aufbau wäre. Deswegen einer der größten Überraschungen in diese Tracking-Stöcke, die ich auf jeden Fall ab jetzt allen Einsteigern empfehlen werde, weil die Alternativen in dem Bereich sind nicht sehr groß. Man könnte zu einem fieseren Compact greifen oder diese Rot-Wild-Tracking-Stöcke, die ich aus Carbon immer empfohlen habe. Aber alles andere kostet schon viel, viel mehr Geld und die machen dafür wirklich einen sehr soliden Eindruck. Ja, das waren so alle Gegenstände, die ich dabei hatte. Und wie gesagt, zum Schluss wollte ich euch auch noch einmal zeigen, welche Sachen ich quasi da jetzt nicht mitgenommen habe. Da haben wir einerseits die ganzen Packsäcke für den Schlafsack. Für alle einzelnen Dinge gibt es da Schlafsäcke oder kleine Beutel, die man einfach nicht braucht. Und da zähle ich jetzt noch nichtmals dieses Rucksack-Top hinzu. Und ihr kommt wirklich bei dieser Ausrüstung nur auf das Gewicht, wenn ihr diese Sachen einfach zu Hause lasst. Die braucht man nicht. Da ist genug Organisation in so einem Rucksack vorhanden. Und wenn ihr ein Packkonzept habt, ich habe das auch schon mal in einem Video erklärt, verlinke ich gerade auch mal, dann kann man das auch so organisieren und sich dieses ganze Gewicht hier sparen. Also ich denke mal, dass das echt bestimmt 300-400 Gramm sind. Und genauso sieht es auch bei den Schildern aus, bei den Etiketten. Bei Decathlon gibt es da wirklich echt so kleine Notizblöcke schon manchmal, die da dran sind. Aber wir haben quasi hier diesen Stoff dran, das macht Decathlon zum Glück immer, den man dann sehr, sehr gut abschneiden oder sogar rausreißen kann. Und das kann man natürlich auch bei allen Kleidungen machen und viele Leute belächeln das immer. Aber allein bei der Kleidung hier bin ich jetzt bei 20 Gramm. Und das sind noch nicht alle Labels, die ich jetzt abgeschnitten habe. Und wie gesagt, auch beim Rucksack, da gibt es viele Sachen, die man noch modifizieren, noch abschneiden könnte. Und ich denke, dass man dann mit allem zusammen über ein halbes Kilo noch bei der Ausrüstung so sparen kann. Deswegen wie immer, lasst alles zu Hause, was ihr nicht braucht. Wenn euch die Ausrüstung gefällt und ihr seid sicher, ihr behaltet die und verwendet die Jahre, dann guckt, was kann ich da selber verbessern. Oder modifizieren. Jetzt zum Schluss wollte ich noch sagen, dass einige Sachen auf der Packliste auch noch fehlen, wie zum Beispiel das ganze Erste-Hilfe-Kit. Ich habe da jetzt keine einzelnen Medikamente oder so reingepackt, die man sonst noch als Notfall-Kit dabei hat. Das geht jetzt wirklich da erstmal nur um die Ausrüstung. Aber ihr könnt gerne die anderen Videos und Packlisten mal gucken, was da vielleicht jetzt sonst noch fehlen würde für eine vollständige Tracking-Tour. Ihr habt auch Reparaturartikel. Da gibt es zum Beispiel beim Zelt noch diese Ersatzstange, die mitgeliefert worden ist, was ich auch sehr, sehr cool finde, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Da das Zelt natürlich deutlich auf die Zeltstangenkonstruktion angewiesen ist und dann mal was bricht, hat man eben diese Stange, die man da drüber schieben kann und dann kann man da zur Not auch noch drin übernachten. Ja, als Fazit würde ich sagen, dass sich das deutlich gebessert hat bei Decathlon und man das echt langsam für ultraleichte Einsteiger empfehlen kann. Hat dann eine Tracking-Ausrüstung, die unter 6 Kilo wiegt, also 5700 Gramm plus dann, sage ich mal, noch Powerbank, Ladekabel und so ein bisschen was hier. Da kommt man wahrscheinlich so bei 6 Kilogramm insgesamt raus. Dafür haben die Sachen aber eine unglaublich hohe Qualität, die wirklich in einem viel höheren Preissegment eigentlich mitspielen, als sie jetzt zu dem Preis dort verfügbar sind. Deswegen kann ich das eigentlich auf jeden Fall für Einsteiger empfehlen. Vor allem dauernd auch alles, was einer Hand hat. Man kann die Sachen bei Decathlon online bestellen, man kann in den Laden gehen, man kann sich das angucken, man muss nicht von tausend verschiedenen Quellen irgendwas bestellen, hat auch da natürlich die Möglichkeit, was umzutauschen und so weiter. Und deswegen ist das Experiment, sage ich mal, für mich geglückt und viele Sachen, die ich jetzt hier gesehen habe, werde ich auch auf jeden Fall wiederverwenden. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.